Bearbeiten. Stab zerlegen in Flächen. Häufig ist es erforderlich, für bestimmte Bereiche eines Stabwerks genaue Untersuchungen durchzuführen. Um mit Querschnitten definierte Stäbe als Flächen abzubilden, hilft die Funktion Stab in Fläche zerlegen. Nachdem die Stäbe in Flächen umgewandelt sind, können die Flächen an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst werden und das System berechnet werden. Das Programm erzeugt automatisch passende FE-Netzverdichtungen für diese erzeugten Flächen. Danach kann das System nach Belieben angepasst werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017